Ich habe einen Wohne-Fleisch-Diogel. Nein, ich habe keinen Stiefel-Diogel. Ich habe keinen Stiefel-Diogel. Ich habe keinen Stiefel-Diogel. Wie sehen Sie denn so etwas aus? Oder in eine animalische Richtung. Wir haben eine Stiefel-Diogel. Wenn ich mir nicht wollte, denke ich, das ist ein Lieblings-Diogel, wenn man ganz viel Wein atmet. Dann gehen Sie auch sehr mit dem Stiefel-Diogel. Ich muss uns Fingernflüssig geben. Da können Sie ganz viel Wein atmen.